Hallo zu AppCheck28 und heute mit einem Review und zwar zu einer kostenlosen App und zwar Paintbrush. Ja, Paintbrush kann man für die Windows-User vergleichen mit Paint. Da es meiner Meinung nach oder meines Wissens ja bei Apple, also bei Mac, ja kein Paint- oder kein Malprogramm gibt. Wenn doch, könnt ihr mir schreiben, wie es heißt. Und ja, öffnen wir die App, können wir hier gleich auswählen, wie groß unser Bild sein soll. Ähm, ja. Entweder das Vorgefertigte oder wir können hier auch halt selber was einschreiben. Ähm, ich lasse das jetzt am besten erstmal so und klicke auf OK. Ja, dann wird das alles bearbeitet, das lädt kurz. Ja, und schon können wir malen. Man kann das noch als Vollbild machen. Und ja, ähm, können wir malen. Und ich muss das nochmal ganz kurz beenden, da jetzt da etwas fehlt, denn normalerweise sollte, ähm, da nämlich noch etwas sein. Genau, das hat gerade gefehlt, ok. Ähm, jetzt ist es da. Schön. Und zwar können wir hier noch auswählen, ob wir den Pinsel nehmen wollen, in den Radiergummi, ob wir... Und wie ist das halt wieder ein bisschen langsam. So, ja, ob wir halt alles auswählen wollen, ob wir hier auch gleich wieder was raus, ähm, radieren wollen, oder wenn wir auf die Bombe klicken, dann füllt sich das halt einfach wieder so aus. Das kann man mal zeigen, also so und dann, ja, wird das alles halt gelöscht in so einem schönen Effekt. Ja, wir haben die Möglichkeit, eine gerade Linie zu zeichnen. Oder halt ein Kreis. Ähm, beziehungsweise können wir hier auch gleich ein paar Quadrate machen, oder, ähm, kein Quadrat, sondern ein paar Quadrate machen. Also ein Rechteck oder halt ein Rechteck mit bunten Kanten. Ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber wenn man auf das Tier klickt, kann man hier noch etwas schreiben. Ähm, Test zum Beispiel. Und dann können wir hier, wie an sich immer, das alles noch so auswählen. Ja, dann auf OK. Und dann können wir es hier einfach so einsetzen. Ja, ja, und so. Ähm, genauso können wir uns noch eine Farbe aussuchen, solange es hier drin ist. Also wir können jetzt nicht hier einfach so, sondern müssten dann hier. Und wenn man hier drauf klickt, kann man sich entweder hier diese Stifte auswählen, ähm, oder halt hier kann man überall rüber gehen. Und dann haben wir jetzt dieses Ordnerblau hier. Oder können wir uns halt hier überall was auswählen. Und dann könnt ihr dann hier noch die, ähm, Stärke auswählen, also wie doll man malen will. Oder kannst du dann halt hier noch so ein Radgleich raussuchen. Und, ja, mit der Lupe kann man halt alles heranholen. Und zurückholen kann man, äh, wenn man rein rechts sick macht. Genau, hier kann man auch eine zweite Farbe auswählen. Und dann natürlich ein neues Dokument. Ein Dokument öffnen, schließen, sichern, sichern als. Ähm, ja, View. Ja, also alles was man braucht, ja, ist kostenlos. Und ich fände es an sich richtig gut. Ja, hier kann man zum Beispiel noch ein bisschen auswählen. Ja, also wie schon gesagt, ich finde die App richtig gut. Vor allem sie ist kostenlos und ist ein guter Ersatz für das, nicht vorhandene Paint bei Mac. Ja, link in der Beschreibung. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ähm, es war auch gleich ein Test für mein neues Aufnahmeprogramm. Was ich jetzt mal ein bisschen testen werde. Und, ja, wenn es euch gefallen hat, schreibt einen Kommentar, gebt einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.